hey ho und willkommen zu einer weiteren folge guild wars 2 ich habe bloß noch einen kleinen bonus jetzt bevor die eigentliche folge beginnt und zwar möchte ich euch ein überarbeitetes kanal logo mal vorstellen dann auch ein kleines bisschen werbung für die person machen das gemacht hat und zwar ist das das kennt ihr ja schon das ist mein kanal logo und jetzt muss ich mal den kleinen kerl hier an der ecke großziehen das ist im endeffekt die überarbeitete version dass ich meine wenn ich das jetzt mal so dahinter neben stelle einfach so direkt sind ihr vergleicht jetzt mal hier einfach mal hier so mit dem hier daneben also das seht ihr wieder nicht einfach mal das müsst ihr euch mal auf der zunge zergehen lassen das linke ist mit photoshop bearbeitet und das rechte das habe ich gemalt mit paint und und der unterschied ist phänomenal das bild wurde erstellt von slpicture könnt ihr auf facebook finden einfach eingeben slpicture ich wäre auch wenn ich daran denke den link mit dazustellen und wie gesagt ich bin so begeistert davon dass es einfach so die die qualität davon ist der wahnsinn so sich den wieder klein jetzt kann ich noch mal hier angucken also wie gesagt die details die augen alles so allein das licht und schattenspiel macht das einfach nur das licht und schattenspiel macht größtenteils schon so viel aus und das ist halt das neue kanal logo ja das kanal logo das kanal bahn walking dead mit dem hintergrund dead by daylight dann gilt was zwei so wie sich halt gehört elite dangerous auch sehr schön ist es das sind alles im endeffekt screenshots von mir gemacht zum teil also halt stimmen sachen das hier ist halt von mir gemacht das ist aus dem internet rausgezogen und die könnt ihr auch dann bei mir in das in der steam chronik mit finden wenn ihr da auf meine screenshots guckt würdet ihr auch das meiste davon finden und zum beispiel wenn wir jetzt hier ein bisschen herangehen das hier unten sehen vielleicht manche dass das eine anaconda ist das kann man jetzt hier schlechter kennen das war eigentlich mal hier auf dem bild zu sehen und wenn ihr meine screenshots kennen solltet würde euch auffallen das ist doch deine eigene ähm wie heißt sie python das ist meine eigene adder und das ist meine eigene ähm mein abwurfschiff mein eigenes ja das wurde dann auf meinen wunsch halt ein bisschen doch mit eingefügt und das passt perfekt da rein wer das nicht weiß dass sie dass das meine schiffe sind weiß nicht dass sie da nicht hingehören würden theoretisch ja wie gesagt dann ist noch minecraft dabei mein kanal name ja auch absolut perfekt aussieht ich mein es ist ultra ran gesungen jetzt aber das sieht so geil aus das ganze bild und rechts wie gesagt skyrim und das ist also ich bin sprachlos gewesen ich habe dazu guckt wie dieses kanal loge entstanden ist und auch dann meinen also das banner und das kanal loge habe ich zuguckt wie das entstanden ist und ich habe nur da gesessen maul auf dem stehen gehabt und dachte mir so unbeschreiblich und wie gesagt ich verlinke euch das unten dabei beschreibung was gibt es noch nichts zu sagen ja die neue lebendige geschichte ist halt hausen ich habe das angefangen mit der gilde aufzunehmen das addon also diese dieses update kam verspätet das heißt ihr habt wirklich jetzt höchstwahrscheinlich dazwischen ein oder zwei tage hat wirklich kein video gehabt weil wie gesagt das hochladen schneiden und rendern das dauert ein stück also am längsten dauert das hochladen und da ich in letzter zeit wieder nicht mal mehr meine 16.000er leitung habe sondern sie jetzt sogar schon sehr sehr viel niedriger ist an manchen tagen dauert das halt wirklich ein kleines stück bis ich alles hochgeladen habe ich hoffe dass ich das jetzt die kommende woche dann wieder geregelt bekommen und ja dann wünsche ich euch jetzt bei den nächsten folgen viel spaß wie gesagt es laufen ein paar leute von der gilde mit die auch im ts mit mir geredet haben sind am anfang ein bisschen schweigsam das ist eigentlich super und ja dann wünsche ich euch viel spaß damit dann viel spaß bei der folge und wir sehen uns dann spätestens zur nächsten folge wieder bis dann leute und willkommen zu einer weiteren folge giltwurst 2 zum nächsten episode lebendigen geschichte und dabei ist diesmal ein teil der gilde und zwar die sandra der alex und der matthias pauli legt sich lieber hin ist okay so habt ihr schon reingeguckt gehabt okay dann also von mir aus da seid ihr ja der erlaubte anführer der drachenwacht willkommen ich weiß eure worte zu schätzen eure majestät aber ich fürchte ich bin meiner führungsrolle in letzter zeit nicht gerecht geworden ich weiß nicht wie ihr das immer schafft ihr müsst euch um ein ganzes königreich kümmern ich schaffe es nicht einmal eine handvoll leute auf ein einziges ziel zuzuführen es ist eine fordernde aufgabe aber um ganz ehrlich zu sein manchmal beneide ich euch um ein kompliziertes leben hier geht es immer nur um politik und man muss zwischen den zeilen lesen man tut etwas für eine person und drei andere hassen ein dafür das kann sehr unübersichtlich werden aber ihr ihr schlagt nur unermüdlich auf dinge ein bis sie euch nicht mehr im weg stehen manchmal wünschte ich hier würde es genauso laufen nun was kann ich heute für euch in stücke schlagen ich bin überzeugt dass ein angriff des weißen mantel kurz bevor steht und ich muss bestimmte vorkehrungen für die sicherheit von götterfels treffen die tatsache dass ihr nicht näher auf dieser vorkehrungen eingeht legt die vermutung nahe dass sie etwas ungewöhnlich sind redet nicht mit uns das ist ja doch was haltet ihr von diesem garten kommandeur er ist wundervoll ja nicht wahr um solch ein wunder zu erhalten ist ständige arbeit nötig manchmal schleicht sich unkraut ein und manchmal muss man das jäten sonst überwuchert ist den garten irgendwann verstehe ich habe die minister unter dem vorwand eines normalen treffens hierher bestellt aber was ich zu sagen habe werden viele als schockierend empfinden eure anwesenheit hier wird die gemüter beruhigen also mischt euch bitte unter die leute und bleibt wachsam jeder hinweis auf einmischungen des weißen mantels den ihr finden könnt wird die notwendigkeit meiner entscheidung verdeutlichen ich werde mich etwas umhören ach und majestät ihr habt da ein und kraut übersehen ok das sieht vielleicht so aus aber das ist eine kreitanische faltenlilie sie wird bald blühen und aus ihren blütenblättern lässt sich wunderbare farbe gewinnen sie ist meine lieblingsblume sie verbirgt ihr wahres potenzial vor den meisten und dann erblüht sie zu etwas großartigem viel glück kommandeur ich spreche noch mal mit ihr ach nee könnt ihr eigentlich auch mit den leuten hier interagieren oder hier das nicht könnt ihr mal gucken nicht muss ich alles einzeln abklappern ministerin estelle warte ich nicht auch irgendwo mit kautekos am in der zerre ja eigentlich schon ziemlich viele wachen für ein treffen des ministeriums für jeden von uns scheint drei von ihnen hier zu sein wenn ihr mich fragt ist dass er ein treffen der miliz immerhin sind wir so alle in sicherheit wirklich klingel dass die zusätzlichen wachen die gegenteilige wirkung haben fürst und minister wie ok die leute sind durch den weißen mantel schon genug verunsichert ich bin froh dass ich überhaupt zu diesem treffen eingeladen worden ich bin schon langsam dass es zu uns vernehmen wird also ich hab schon irgendwie nicht gut das ist unglaublich äh er brennt irgendwie was ist passiert der weiße mantel ganz ruhig ganz ruhig ist schon das dritte mal diese woche dass der alte kerl nicht läuft ich muss manifest daten von hand eingeben wenn er außer betrieb ist könntet ihr könntet ihr ihn in ordnung bringen während ich mich um die tor aufzeichnungen kümmer klar wunderbar und beeilt euch bitte ich bekomme schnell krämpfe in den händen das ist eine eigenartige reparatur er ist manchmal etwas schwierig aber mit der reparaturschnittstelle oder repaschnie die ich erstellt habe sollte sich schnell herausfinden lassen was zu tun ist meint ihr der begriff wird sich durchsetzen ich hatte auch überlegt reparatur und anzeige zu anna tour zu kombinieren so ausgesprochen klingt das nicht gut ups ziemlich schwer festzustellen was er gerade macht jetzt brennt er wieder ja super ja hallo hallo ist er jetzt wieder ganz oder ist er jetzt unterkühlt ich weiß nicht sieht irgendwie kühl aus er klingt ein bisschen gesund auf jeden fall ich weiß es halt nicht ob er jetzt ganz ist ach so jetzt mal wenn ich ihn ansprich dann wird das irgendwie neu gestartet das sieht gut aus perfekt mein meister reparator er ist reparator danke wenn ihr mal genug vom drachen töten habt solltet ihr überlegen eine golem werkstatt zu eröffnen niemand ist rein oder raus gekommen also musste ich auch nicht an die tor aufzeichnung außerdem brauchte ich mal eine pause schön dass ich eure arbeit für euch erledigen konnte übrigens ich habe dieses teil gefunden aber ich wusste nicht wo es hingehört sieht ein bisschen aus wie das habe ich noch nie zuvor gesehen ich weiß nicht was es ist aber es gehört ganz sicher nicht zu diesem golem hm hey timey moment gut ich bin da was gibt es ist das kommunikationsgerät das ihr mir gegeben habt einzigartig vermutlich nicht meins ist zwar das mit abstand beste und fortschrittlichste aber es gibt noch andere da draußen moment wieso fragt ihr danach ich habe ein gerät gefunden das aussieht wie ein kommunikator wenn es vom weißen mantel hier platziert wurde könnten sie uns belauschen und ich vermute es gibt noch mehr von den dingern wenn ihr wollt kann ich über euren kommunikator ein hochfrequenzsignal aussenden das euch hilft andere kommunikation in der nähe zu finden na dann los ich werde alles einsammeln was ich finde und es dann der königin zeigen oh lass sie bitte wissen dass ich geholfen habe ne oh ausgetappt ups jetzt ist bloß die frage achso und das auch einsetzen ja ok irgendwie in die richtung ist bei mir irgendwie wir verfolgen einfach mal dasselbe ich denke mal hier an der kiste ist was drin ich bin überrascht dass die familie wie den mut hat sich zu zeigen nach dem was die tochter getan hat oh seid nicht so grausam minister wie würde niemals seine pflichten vernachlässigen die geräte haben ein sicherheitssystem das ist schon eine große Schande die er da zu tragen hat ja aber wir sollten bei letztverfehlungen ignorieren und stattdessen sein pflichtbewusstsein beworben ich hab bringt eins ok also ich hab eins gefunden der nächste gegner ok ich ich würde ihn ah ein elementar das scheint ausreichend um die pläne der königin in die tat umzusetzen ich sollte sie ihr geben hast du es ja ja dann cruisern wir zur königin und geben alles ab kommandeur ich war gerade dabei die wies hier zu beruhigen es sind schwierige zeiten für sie und nicht nur für sie für uns alle die königin umschreibt hier nett die tatsache dass unsere tochter eine dass sie in dieser sache auf der falschen seite steht habt ihr etwas von ihr gehört irgendetwas wir haben nichts von valet gehört aber das heißt nicht dass wir nicht noch von ihr hören werden sie ist ein gutes mädchen kommandeur nur etwas verwirrt sie wird den weg nach hause finden wir wollen sie nur wieder geige spielen hören das tun wir alle minister könnte ich euch kurz sprechen eure majestät natürlich bitte entschuldigt uns oh hau rein wird hier aufgezogen einfach so wie so ein rpg ich habe überall im hof diese abhörgeräte gefunden sie könnten dem weißen mantel gehören danke kommandeur genau solche beweise brauche ich um meine sicht der lage zu untermauern wie es scheint bietet sich uns hier eine günstige gelegenheit wenn ihr mich entschuldigen würdet ich habe eine rede zu halten jetzt rennt die wieder vor minister und angehörige des königlichen hofes seit jahren haben wir ein geschwür im königreich einen schleichenden sog der einige unserer freunde und familienmitglieder in die dunkelheit gerissen hat nun da beichtvater kaudekus den weißen mantel führt wird dieser schwelende konflikt bald offen ausbrechen wir stehen kurz davor zwischen zwei alt drachen zermalmt zu werden da können wir eine bedrohung aus dem innern nicht dulden aus diesem grund beurlaube ich das ministerium bis die gefahr vorüber ist einige unter euch werden verstehen dass dies zu eurer eigenen sicherheit geschieht andere werden merken dass ich sie hier festgesetzt habe weit weg vom netzwerk des weißen mantel das könnt ihr nicht tun ich lasse mich doch nicht wie einen dolljagd behandeln den man in einen stall sperren kann ich bin kein verbrecher ihr behauptet das geschieht zu unserem schutz schutz wovor ich frage er wer wird uns vor euch schützen werter minister ich versichere euch diese maßnahme wird nicht von dauer sein sie gilt nur so lange bis das königreich vor angriffen sicher ist und die verräter in unserer mitte gefunden wurden der kommandeur hat bereits bestätigt keinen angriff das ist nur eine liste einer autokratin meine kollegen minister dies ist einer dieser seltenen momente im leben auf die man eines tages zurückblickt um zu sagen ich habe gekämpft oder ich habe nichts getan werdet ihr stumm bleiben und der königin erlauben euch und dem volk die stimme zu nehmen oder werdet ihr genug larm machen dass selbst die sechs götter euch nein rufen hören als mein großvater so jetzt bin ich gespannt was seit wann kann die zaubern in 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 eure majestät wir müssen euch in sicherheit bringen wir müssen die minister retten zumindest die die mir treu geblieben sind ich werde versuchen mich um sie zu kümmern aber ihr wir sind auf viele situationen vorbereitet vor dem saal befinden sich einige verteidigungsanlagen die sofort einsatzbereit sind schnell gebt mir deckung während ich eine verteidigungsbarriere errichte ein messer portal es kommen noch mehr truppen des weißen mantels rückkopplung schleife gestartet rückkopplung schleife gestartet ärgerlich ich fühle mich riesig großartig noch ein mess mehr schlagt nur zu kommandeur rückkopplung schleife gestartet rückkopplung schleife gestartet kraftige ich habe euch gewacht nur noch eine barriere übrig gut dann zum thronsaal den können wir problemlos verteidigen die letzte ist direkt da draußen das wird mir ein vergnügen sein ihr sollt leiden ich bin nahezu unbesiegbar ab doch es wird nochmals das ist die letzte jenna das reicht meine kollegen minister schließt euch mir an und helft dem weißen mantel kreiter von dieser unrechtmäßigen herrscherin zu befreien oder stellt euch auf ihre seite und lasst euch von meinem feuer richten was für eine überraschung wer hätte das kommen sehen ihr vielleicht ihr ihr vielleicht was machte die hier und ihr wart ihr überrascht kommt zurück ich sage es euch ja nur ungern aber so leicht laufe ich nicht davon ich fühlte mich mit dem los mich beauftragte den königsmord auszuführen und ich werde diese aufgabe bis zu ihrem blutigen ende führen nicht so lange ich lebe estelle logan hauptmann seckeray tapfer wie immer aber ich brauche euch für die verteidigung der stadt ich werde mich um diese aufgeblähte zecke kümmern um mich kümmern ihr könnt euch nicht bewegen dieser aufgespannte fußabtreter ist eure einzige hoffnung und ich werde ihn gleich töten um ihn von seinem elenden schicksal voll liebeskummer zu erlösen was das ganze ministerium wusste es diese erniedrigung werdet ihr noch bereuen seid verdammt auf die schlampe los 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 ein glück wollen wir uns alle einig habe ich irgendwas verpasst oder warum ist logan irgendwie verletzt vielleicht weg zum angriff ich weiß nicht er kann mich ja gerade so ausgült ausgumpelt so als ob er sich gerade von der nacht irgendwie das dürfte es also gewesen sein vorerst das das war eine beeindruckende vorstellung eure majestät ja das war es wie hat es euch gefallen probleme zu lösen indem ihr auf sie einschlagt ich wollte niemals eine waffe gegen einen meiner untertanen erheben aber für euren lebenswandel scheint es mir sehr passend zu sein ich reserviere euch einen platz in der drachen wacht falls ihr euch je entscheiden solltet abzudanken sehr freundlich nun wie ist die lage außerhalb der stadt die armee des weißen mantels rückt vom see hervor aber wir wissen nicht genau wie stark sie ist ich bin unterwegs um einen kommandoposten bei der dorik anlegestelle einzurichten es ist schön euch wieder auf den beinen zu sehen ich treffe euch dort sehr gut wir können eure hilfe gebrauchen sprecht mit leutnant vor es auf dem lissa platz ich werde dafür sorgen dass ihr auf das schlachtfeld gelangen könnt logan bitte gefährdet eure genesung nicht indem ihr etwas dummes tut wie zum beispiel zu sterben kommandeur ich danke euch und immer schön nach unkraut schauen ok fazit von euch ja ganz gut ganz gut müsst keine angst haben die leute beißen nicht was haben wir noch bekommen oh ich hab ne farbe bekommen ja toll wachtest du jetzt hier ne high class farbe oder was nee braucht die jemand ja schön tauschst du sie ein gegen was ich weiß nicht gegen irgendeine teure farbe ich habe keine farbe einfach so in meinem gepäck na gut dann würde ich jetzt erstmal hier die folge beenden wir gucken uns nächste folge einfach mal auf der neuen karte dann um also leute bis zum nächsten mal nicht vergessen zu werden bis dann ciao ciao go go do Untertitelung des ZDF, 2020